und willkommen zu einem neuen video und ja ihr seht richtig mich gibt es noch und jetzt bin ich wieder da ich will jetzt wieder mit booktube anfangen es war jetzt lange zeit flaute ohne begründung einfach sense dieses video wird nicht mein erklärvideo sondern ihr habt den titel auch schon gelesen die neuerscheinungen für den november heute haben wir den 28 oktober und jetzt gibt es ein neues video weil in ein paar tagen ist der erste november und ich dachte mir ich starte mal mit neuerscheinungen wieder rein in mein altes booktube geschehen wieso und warum ich jetzt so lange nicht mehr da war dafür kommt ein extra video und für dieses video könnt ihr mir gerne fragen in die kommentare schreiben was euch interessiert egal was was ich in der zeit getrieben habe was ich was euch interessiert schreibt mal eure frau in die kommentare dann beantworte ich sie in dem nächsten video aber jetzt kommen erst mal die neuerscheinungen der erste teil es werden zwei teile für november habe ich mir überlegt und ich werde es so machen wie ich mit den neuerscheinungen auch aufgehört habe ich rede jetzt was dann zeige ich euch die ganzen bücher die einzelbände mit klappentext und danach melde ich mich wieder und sage euch welche bücher da von mich interessieren und dann will ich auch nicht lange drum herum reden fangen wir einfach mit den neuerscheinungen für november 2019 an der erste teil geht vom ersten bis zum 15 november und hier erscheinen einige bücher die bestimmt viele von euch auch interessieren werden ich wünsche euch jetzt viel spaß dabei er tötet aus wut er überlässt dem zufall die wahl seiner opfer er könnte jeder sein auch sein sitznachbar im bus kommissar olaf thorn und nichts gutes also zu einem bizarren fund an dem bremer busbahnhof gerufen wird im gepäckraum eines reisebusses aus dortmund ist ein koffer zurückgeblieben mit kram vollen inhalt so wie ein zettel mit der botschaft ich packe meine koffer und auf die reise geht doch bevor die ermittlungen in bremen richtig in gang kommen erreicht den kommissar eine nachricht aus berlin auch am dortigen busbahnhof ist ein koffer mit leichenteilen aufgetaucht wieder ist dieselbe botschaft beigelegt tor und seine berliner kollegin leone grün tragen fieberhaft puzzle stück für puzzle stück zusammen doch der killer ist ihnen immer einen schritt voraus und er ist noch lange nicht am ende seiner reise angelangt ein mord ohne leiche und ein fataler schuldspruch doch die wahre geschichte wartet noch darauf erzählt zu werden lund schweden vier literatur studenten treffen auf den gefeierten autor leo stark schnell geraten sie in den bann des manipulativen schriftstellers der sie gleichermaßen fasziniert wie abstößt doch eines nachts verschwindet stark spurlos und obwohl keine leiche gefunden wird spricht man den studenten adrian des mordes schuldig jahre später beschließt dessen freund seck ein buch zu schreiben das verbrechen von damals für das adrian acht jahre ins gefängnis musste hat den journalisten nie richtig losgelassen von adrians unschuld überzeugt ist seck fest entschlossen die wahrheit aufzudecken doch bei seinen recherchen stößt er auf den widerstand seiner ehemaligen studienfreunde alle scheinen sie etwas vor seck zu verbergen und dann doch plötzlich leo starks leiche auf bei 500 jahren versprach der planet latere der menschheit hoffnung doch heute verhungern die armen in den straßen während wolken die sterne verbergen und die herrschende elite jedes aufbegehren rigoros bestraft die revolution wird sich dennoch nicht aufhalten lassen und alles wird von drei jungen menschen abhängen die unterschiedlicher nicht sein könnten schätten ist eine diebin ein kind der straße die alles tun würde um den brutalen regimen zu entkommen einschließt dem außen spioniers von marcelius dem enkel des mächtigsten mannes der welt marcelius wird von seinem großvater darauf vorbereitet die macht zu übernehmen doch seit dem tod seines vaters der als verräter starb plagen marcelius immer starke zweifel denn sein vater hat eine kritische nachricht hinterlassen die nur eine person lesen kann ein mädchen namens aloet aloet ist in einer unterirdischen zuflucht aufgewachsen wo sie die letzte bibliothek der welt bewacht und sie hütet ein geheimnis dass latere endgültig ins chaos der revolution stürzen wird als das schicksal schätten marcelius und aloet zusammenführt ist nur eines gewiss die zukunft von latere wird von ihren entscheidungen abhängen und davon was sie zu opfern bereit sind liebe oder freiheit um seine familie zu retten muss sich der jude isaac rubinstein in die gestapo einschließen und mitten unterwölfen zum spion werden nürnberg 1942 isaac rubinstein der ständig in angst um seine familie lebt bittet eine widerstandskämpferin um hilfe doch ihre gegenforderung ist hart isaac soll die gestapo infiltrieren und sich dazu als sonderermittler adolf weismann ausgeben jenen mann der vom führer hauptpartie beauftragt wurde den mord an einer berühmten schauspielerin aufzuklären was niemand weiß der kriminalist den anschlag den die widerstandsgruppe auf ihn verübt hat überlebt mitten unter wölfen zieht sich das netz immer weiter zu und die gefahr enttarnt zu werden ist allgegenwärtig winter 2014 gottland ist bedeckt von einer dicken schicht schnee eine junge frau steigt bei einem fremden mann ins auto auf der anderen seite der stadt macht sich ein liebespaar auf den weg zu einem heimlichen treffen kurze zeit später wird die stille der schwedischen wälder zerrissen von zwei kollidierenden autos ein unfall der nicht nur einen mann das leben kostet sondern auch verheerende folgen für die beteiligten hat doch das schlimmste daran unter der eisschicht liegt eine wahrheit begraben die erst jahre später an die oberfläche drängt 1987 verbringen die beiden besten freundinnen laura und eben die winterferien wie jedes jahr bei lauras geliebter tante heda in deren feriendorf gerdnesset in schonen in südschweden doch bei lucia fest geraten die mädchen wegen eines jungen in streit und am ende des abends brennt der festzahl lichterloh laura wird schwer verletzt alben stirbt in den flammen 30 jahre lang wird laura nicht nach gerdnesset zurückkehren ihre tante wird sie nie wieder sehen als laura nun die nachricht erhält dass heda gestorben ist und der gerdnesset vererbt hat ist sie geschockt musste sich nun doch noch den dämonen der vergangenheit stellen notgedrungen reist laura nach schonen um das halb verfallene feriendorf zu verkaufen doch die käufer sind merkwürdig aggressiv und bald mehreren sich zeichen dass heda einem dunklen geheimnis auf der spur war so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Stefan Kitzel pur. Julian Hannes lässt uns 13 wahre Kriminalgeschichten nacherleben. Die Mysterygröße auf YouTube mit mehr als 2 Millionen Fans lehrt uns das Gruseln. Alle Geschichten sind wahr, ungelöst und hochdramatisch. Neben der Faszination über das Verbrechen beschäftigt sich der YouTube-Star mit Fragen wie Warum wird jemand zum Täter? Kann es mir auch passieren, dass ich zum Mörder werde? Julian Hannes alias Cherow beleuchtet in seinen Kriminalgeschichten all die verschiedenen Facetten der Handlung. Im Mittelpunkt steht nicht nur die grausame, schauderhafte Tat, sondern auch immer die darin verwickelten Menschen. Er möchte nicht nur wissen, wie es zu den Kriminalfällen kam, sondern er interessiert sich auch für das Schicksal der Opfer und Angehörigen. Und warum jemand zum Täter wurde, getreu sei im Motto, die Welt ist böse, passt auf euch auf. Es geht um Liebe, es geht um uns. Der kalte Krieg zieht auf und Worte werden zu Waffen. Olga Ibnizkaya, Geliebte des großen Bohres Pasternak, wird verhaftet. In Moskau will man verhindern, dass Pasternak's Roman Dr. Zhivago erscheint. Doch Olga hält an ihrer Liebe zu Boris fest. Zugleich will die CIA mit einer einzigartigen Waffe den Widerstand in der Sowjetunion wecken. Mit Literatur, mit Dr. Zhivago. Für die Mission wird junge Irina angeworben und von der Agentin Sally ausgebildet. Es beginnt eine gefährliche Hetzjagd auf ein Buch, das den Lauf der Welt verändern soll. Ist das Liebe oder kann der weg? Hannah, die als Coach für fachgerechtes Ausmisten arbeitet, soll ausgerechnet dem neuen Flirt ihrer Freundin ein geordnetes Zuhause verpassen. Prompt entbrennt mit dem eigenwilligen Pascal erbitterter Streit. Behalten oder ab in die Tonne. Doch je mehr Hannah aufräumt, desto tiefer manövriert sie sich mitten ins emotionale Chaos. Denn plötzlich findet sie nicht nur eine echte Leiche auf dem Dachboden, sondern sie fühlt sich auch so merkwürdig zu Pascal hingezogen. Als die Gewinde fegen über den Loch Lomond und die Hügel der Highlands glühen in den Farben des Herbstes. Erst seit kurzem weiß Maigret, dass in dieser zauberhaften Landschaft ihre Wurzeln liegen. Denn hier lebt ihre Großmutter. Eigentlich würde sich Maigret seit der Trennung von ihrem Freund am liebsten mit einem Strickzeug vor dem Kamin in einen Sessel kuscheln und die Welt vergessen. Doch vielleicht ist ein Ausflug in die Vergangenheit ihrer Familie genau die Ablenkung, die sie jetzt braucht. Allerdings ist Maigretts Großmutter vorerst alles andere als begeistert vom Auftauchen ihrer Enkelin. Erst die Erkenntnis, dass der gemütliche Wollladen in dem kleinen Ort am Loch Lomond ihrer Großmutter gehört und ihre Leidenschaft zum Stricken teilen, scheint die beiden näher zusammenzubringen. Colwood, West Virginia, 1959 Homer, Sonny Hickham erfasst eine unerklärliche Verlorenheit und Schwere. Eigentlich liebt er es, Raketen in den Himmel steigen zu lassen. Doch die trostlose Bergarbeit der Stadt hat sämtliche Träume längst tief in den dunklen Schächt ihrer Mine begraben. Liegt es am kommenden Winter an einer unerfüllten Liebe? Homer will sich nicht fügen, nicht zu den unerfüllten Plänen, nicht zu seiner verbissenen Einsamkeit, den tristen Schneefeldern oder seinen eisigen Vater. Also macht er die Not zur Dugend. Er schaut sich die Menschen der Stadt genauer an und sieht plötzlich alles neu. Vielleicht gibt es doch einen Weg in Colwood zu leben. Man muss das Leben in Colwood nur finden. Liebe, Geld, Familie, alles ein Desaster in Emmas Leben. Verletzt und traurig flüchtet sie in das britische Seebad Britain und übernimmt die kleine Frühstückspension ihrer Tante. Ihre neue Freundin Patricia rät Emma, Briefe an einen unbekannten Traummann zu schreiben, sie wegzuschließen und auf diese Weise wie durch Magie neue Liebe in ihr Leben zu ziehen. Sie tut es, unrichtig daran zu glauben. Doch eines Tages liegt Antwort von unbekannten Briefkasten. Wie ist das möglich? Wer schreibt dir da? Für immer beginnt eine Suche nach dem großen Unbekannten und einem Sinn im Leben. Das waren die Neuerscheinungen für November Teil 1. Und da waren sehr viele Bücher dabei. Und ein paar davon interessieren mich natürlich auch. Zum einen das Fundstück von Frank Kodiak. Klingt so, so genial. Und von Frank Kodiak habe ich ja Nummer 25, glaube ich heißt, habe ich auch noch hier stehen. Mein Regal. Muss ich auch unbedingt lesen. Das klingt so genial. Und auch das Fundstück klingt wieder so genial. Frank Kodiak ist ja das, der ist Synonym von, Synonym? Der ist Pseudonym von Andreas Winkelmann, glaube ich. Ich glaube, Andreas Winkelmann. Kann mich jetzt auch täuschen. Wenn es falsch steht, dann sind es irgendwo da. Im richtigen Namen. Und das klingt so genial. Von Andreas Winkelmann habe ich bisher nur irgendein Buch, irgendein Hörbuch gehört. Ich weiß gerade nicht mehr welches. Ich habe irgendein Hörbuch von ihm angehört. Ich blöde es euch irgendwo ein, wie der Titel heißt. Ich weiß es gerade nicht. Hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen wünsche ich auch unbedingt mehr von Andreas Winkelmann lesen. Ich habe Deathbook hier. Und das Haus der toten Mädchen. Muss ich unbedingt alle noch lesen. Definitiv. Dann interessiert mich auch Opfertier von Liza Jackson. Von Liza Jackson habe ich auch bisher noch nichts gelesen. Und deswegen habe ich es jetzt auch noch auf interessiert gelegt. Ich muss es jetzt nicht sofort haben. Vorher will ich noch andere Bücher von ihr lesen. Weil es auch der achte Teil glaube ich der Reihe ist. Deswegen will ich auch vorher was anderes von ihr lesen. Und schauen ob mich die Autorin überzeugen kann. Dann interessiert mich auch 4 Jahre von Karen Gerhardsen. Oder wie es mir ausspricht. Das klingt auch so genial. Mit diesem mysteriösen Unfall. Und irgendwas was im Geheimen liegt. Und was mit dem Unfall zu tun hat. Und da interessiert es mich jetzt. Was hat es damit auf sich. Der Klappentext macht mich irgendwie neugierig auf das Buch. Und deswegen interessiert mich das auch sehr. Das werde ich aber auch nicht sofort kaufen. Denke ich mir. Das muss ich auch nicht sofort haben. Wandet auf jeden Fall auf die Unschlüsse. Dann Der Mensch ist böse von Julian Hannes. Alias Jero. Den wahrscheinlich viele von euch bei YouTube kennen. Und auch das Buch klingt so interessant. So wahre Kriminalgeschichten. Und die Analyse dahinter. Warum wird ein Mensch zum Psychopathen. Oder zum Killer. Und was ist mit den Angehörigen. Und so. Das ist ein Thema was sehr interessant für mich ist. Und deswegen steht es auch auf meiner Wunschliste auf jeden Fall. Ich habe so viele Bücher hier. Die ich lesen will. Immer noch. Und es werden auch nicht weniger. Ich muss vielleicht doch mal direkt aussortieren. Das waren die Bücher die jetzt mich interessieren. Welche der Bücher von denen interessieren euch denn am meisten. Schreibt was gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Also auch von den anderen Neuerscheinungen die gerade kommen. Schreibt was gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und schreibt Fragen in die Kommentare. Die ich dann für das Informationsvideo verwenden kann. Ich habe auch auf Instagram eine Anfrage gestellt. Bis das Video online kommt. Ist diese Umfrageschule weg. Aber vielleicht mache ich nochmal eine. Bevor das Video online kommt. Bevor ich das Video drehe. Dann könnt ihr da auch noch ein paar Fragen stellen. Über meine momentane Situation. Einfach über alles was euch interessiert. Schreibt mir gerne alle eure Fragen in die Kommentare. Dann werde ich es demnächst wieder beantworten. Und ich freue mich jetzt wieder hier zu sein. Und wieder ein paar coole Videos hochzuladen. Und ich bin auch wieder eifrig dabei. Was heißt eifrig dabei? Was zu lesen. Ich beginne jetzt wieder zu lesen. Ich habe jetzt lange Zeit nichts mehr gelesen. Ich habe Bücher angefangen. Nicht weiter gelesen. Und alles weiter. Aber das erfahrt ihr alles dann in dem Informationsvideo. Und wie gesagt Fragen in den Kommentaren. Und damit war es mit dem Video schon wieder. Jetzt wird man sich wieder öfter. Ich werde vielleicht in einem Uploadplan machen. Das nicht jeden Tag oder so. Sondern vielleicht. Weiß ich nicht. Ich schaue mal wie oft ich Videos hochladen werde. Und damit war es aber auch schon wieder mit dem Video. Hier findet ihr noch zwei weitere Videos von mir. Die könnt ihr euch gerne anschauen wenn ihr wollt. Wenn nicht dann lasst es einfach bleiben. Wie immer. Und damit sage ich Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.